Nein! Geh rüber, geh rüber, geh rüber! Der macht dich kaputt! Hi Leute, und was geht heute mal wieder für euch? Euer Fastlane, wir spielen heute eine Runde Vollgeist mit meinem Bruder zusammen. Ab geht's hier! In der Season 1, als Dino und als Labrador. Als Labrador, alles klar. Hindernis Rennen. Hindernis Rennen, ab geht's hier. Wie eben. Dulli Bude. Dulli Bude? Much Rennen. Komm, sei Erster, bitte. Lass mich Erster sein. Ich bin Letzter, glaube ich. Oh, ich bin Erster. Ich auch. Ab geht's. Jetzt Kasala. Kasala, ja. Rein hier. Zack, zack, zack. Oh nein, ich bin trotzdem runtergefahren. Ich auch. Dulli Gang, wa? Ja, Dulli Gang. Dulli Gang. Dulli Gang. Mega ist ein Typ. Aha. Aha, wieder runtergefallen. Mega ist ein Typ. Mega ist ein Typ. Ich bin weiter. Oh, qualifiziert, ey. Zum Glück. Und bist du. Reiß den Tisch. Warum bist du runtergefahren schon wieder? Was soll man sagen? Mega Typ. Was soll man sagen? Fehlt nur noch der Porsche Sportwagen. Was? Mhm. Ja. Ja, so sieht schon aus. Ich halte mich dann mal bedenkt. Nee, red mal ein bisschen. Du bist einmal runtergefallen wie so ein Dulli da. Was willst du da noch heißen? Was soll ich dir jetzt darauf antworten? Ja, ich mach mal Spaß. Ich frag dich ja nicht. Ich weiß. Ich mach auch nur Spaß. Das ist nur Glück, das Spiel. Entweder. Ja. Weil wenn du da einmal runterfällst, dann ist komplett die Luft raus. Richtig. Dann fällst du nochmal runter, dann ist es mieser. Richtig. So viel Zeit hast du gar nicht. Nee. Ich denke immer, ich weiß die Türen. Ich guck mal, ob ich die weiß jetzt. Ja. Ja, jetzt weißt du die. Guck mal. Welche Tür ist es? Die erste. Wo bist du denn hier überhaupt? Nee. Oh, hast du aber rausgefunden, was? Ja. Aber richtig. Ja. Ja. Weißt du was bei mir ist? Was? Wenn ich dieses Spiel, umso öfter ich das spiele. Umso schlimmer willst du, oder was? Nein. Umso mehr kriege ich Lust auf Euro Truck Simulator. Ach, Euro Truck Simulator. Alles klar. So. Da hätt ich mit Gas. Du bist einer der ersten hier. Papp, 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 Papp. Spring rein. Dribbler hier. Hast du gesehen, wie ich sie ausgedribbelt habe? Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen. Sag, sag, sag. Cristiano Ronaldo, Junge. Papp, Papp, Papp. Ja. Dribblers. Guck dir mal diesen Hot Dogs-Kinder an, ey. Mega Junge. Ne, finde ich nicht so. Finde ich nicht so besonders. Was bin ich denn jetzt? Bin ich eine Taube? Oder bin ich ein V? Du bist entweder eine Taube oder du bist ein Troutan. Ah, Troutan. Ja, Troutan. Weil du hast hinten diese langen Feder. Weiche fliegende Früchte aus und renne das. Alles klar. Machen wir. Wie die Geistesgestörten. Boah. Du hast aber gerade so eine sitzende Bombe bekommen, boah. Bleib du nicht stehen, Bruder. Ich bin dagegen gelaufen. Okay, bei mir hat der angezeigt, als ob du stehen geblieben bist. Oh, oh. Pass auf. Pass auf. Ja. Pass auf hier. Pass auf. Einspring. Oh. Da ist einer von den Erden. Ja, Leute. Da hat mein Bruder auf jeden Fall ein Abo verdient. Lass den Ball ab, oder? Aktiviert die Glocke. Macht das mal. Abonniert doch meinen Bruder seinen Kanal. Auf jeden Fall. Runde beendet. Runde beendet. Runde beendet. Ich hatte gerade so ein bisschen technische Probleme am Start hier. Okay, was hast du denn? Die Geister sind gekommen hier. Ich hab hier manchmal so Geister hier. Die spuken hier. So, komm. Was hast du noch? Ich krieg die Geister aber auch irgendwie nicht raus. Ja. Reifenspringen. Das, was ich eigentlich mag, aber eigentlich immer verliere hier. Oder? Was sagst du? Gewinn ich jetzt, oder? Keine Ahnung. Das kriegt auch immer im Team, ne? Ja, ja. Geht keine Ahnung. Wenn das Team schwach ist, bringt das auch nichts. Ich lauf hoch. Lauf direkt hoch. Ja, ja. Hier direkt. Dribbler? Auf. So, wir sind trotzdem durch. Da, wo Ringe sind, lauf dahin. Ja, ach echt. Bleib mich im Kreis. Nein. Ach. Nein, doch. Ah. Ja. Kennst du das? Das ist geil. Na. Oh, der war knapp. Einen goldenen haben wir. Oh, hinter dir. Krieg den mal. Krieg den mal. Bring den mal. Oh. Jetzt hast du falsch rum. Gürfel. Falsch rum, Gürfel. Oh, ihr seid am Führen, ne? Oh. Piep, piep. Die, die, die. So, ab geht's hier. Immer hoch. Dribbler hier. Zack, rein. Oh, gelb hat der nur bekommen. Gelb hat der nur bekommen. Gelb hat. Wir laufen hier mal rüber. Ab geht's hier. Die dürfen, die dürfen einfach nur nicht letzter sein. Zack, auch noch mal rein hier. Beste ist, wenn du die Schere drehst im Kreis. So, den haben wir auch so verkrüppelt halt ein bisschen. Ja, gelb fliegt raus. Wir laufen mal hoch. Ja. Und Köpa. Wir sind weiter, Bruder. Qualifiziert. Ja. Haben wir auch gemeistert hier. Auf ganz entspannt, weißt du? Ganz entspannt. Ganz entspannt. Als Lot würde ich mal viel los, ne? Ja, immer noch nicht Finale, ne? Oder? Weiß ich jetzt nicht. Gucken wir das Spiel jetzt an. Nachdem hier kommt das Finale. Wenn das Feld mit dem Brett da kommt, also mit den fallenden Dingern. Ja, Finale, Bruder. Ja. Dann. Oh, Konzentration, Leute. Manchmal klappt das nicht mit dem Springen. Versuch jetzt in Bewegung zu bleiben. Versuch jetzt erstmal auf Gelb zu bleiben, nicht runterfallen. Ja. Also nicht das hier, sondern das direkt dann runter. Okay. Okay. So. Jetzt spring. Lauf, lauf, Bruder. Lauf. Warte. Lauf, weil die machen dir die Felder kaputt. Ja. Mach die Felder kaputt. Mach die Felder kaputt. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Der springt manchmal nicht, Bruder. so viele hast du den gesehen hier über die rüber darüber bleibt hier außen bleibt hier außen platte für platte rechts links pass auf die weg von dem der macht die kaputt ja ja was mache ich jetzt ja ich hab's gewonnen bruder ich habe geschafft ja ja sieger ich hab's gewonnen richtig knapp erster sieg erster sieg ja dafür müsst ihr jetzt ein abo da lassen auf beide kanäle das für mein bruder ein abo da auf jeden fall bei der kanäle erster sieg in vollgeist ja bruder ganz entspannt weißt du ganz entspannt mit ohne auf ansag war ich war noch ein mit mir siehst du das geht alles klar leute bis zum nächsten mal ne sag mal tschau bruder tschau 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 tschau